heute was geht um damit herzlich willkommen zu einer neuen folge minecraft adventskalender ja wir schreiben heute in den achten schon ist ein bisschen schwer zu erkennen irgendwie aber mal sehen passt ja soweit ja und wir öffnen jetzt das türchen in 321 jump world auf timodia so da wären wir jetzt auch schon in der jump world auch da dauert es wieder dabei hallöchen baumensch baumensch achso alles klar ja damit hat wie immer eine macke kennen wir ja ich würde sagen wir machen heute mal eine ganz besondere jump world folge und zwar ich fordere jemanden heraus er ist dem duell weil getreten du liebst mich herzen hilfe so warte mal was haben wir denn hier jump und des tages versuchter mord wollen wir das machen oder ja komm gehen wir da rein ok ich würde sagen wer schneller ist hat gewonnen erst mal lesen erst mal lesen die treppe scheint eingestürzt sein es muss einen anderen weg hoch geben also das hat circa neun stunden gebracht also weiter gute frage warte mal hier geht schon mal nicht oder doch weiß ich nicht vielleicht so nein scheiße ich könnte wenn es geht von zorn zu zorn ja aber ich machte ich mache dich aus kein bock dass du mich nervst hier spring funktioniert aber nicht nur das ob sie irgendwo rein wo rein wo kommen wir denn hier raus also ich denke ja ich denke man muss von zorn zu zorn ja ja ich habe es geschafft okay ah nice wo du tp-t checkpoint erreicht servus da wo du denkst das ist nicht erst auch hier sind checkpoint auch schon gemerkt ja ich mein bloß ihn runter voll da irgendwie so eine wusel map irgendwie boah ich hasse zaunsprünge mann hier ist viel einfacher ultima konnie direkt hier drüber und hier kann man auch hier das ist vielleicht auch eine verwirrung weiß man ja nicht okay dann gehen wir mal weiter ich hasse dunkelheit ich liebe dunkelheit ach jetzt schreibt arakow wobei die folge gestartet haben ja gut wie geht es jetzt hier weiter fragezeichen ach er schreibt sorry keine zeit also er hätte mal lange warten können ach nee hier ist ausgang ich hasse mal so eine wusel maps wo du irgendwie sonst wie scheiße machen musst ich check hier gerade gar nichts und ich glaube du checkst genauso viel wie ich behauptsache du hast schon einen fail und ich nicht das heißt du bist schlechter als ich doch ich habe auch richtig so ich habe überhaupt keinen plan wie das jetzt hier aussieht ist irgendwas nee da ist auch kein tp irgendwie kann nur wirklich versuchen hier jeden block mal einmal abzulaufen ob da irgendwie so ein tp angeht aber das sieht so irgendwie so aus als wäre aber nö irgendwie nicht aber da und war auch schwarze wolle also eigentlich müsste hier der sein oder und ist ja auch mit schwarzer wolle gekennzeichnet ja ich nicht checken irgendwie ist die map nicht so hammer finde ich hey ich check hier auch gar nichts ach du spiel hey ernsthaft als ob oh ne jetzt ok jetzt jetzt rennen wir hier um die wette ok so manche mit mir in ende jump skills rausholen ja was sind jetzt keine schweren jams in dem sinne so ich renne aber weg nur zu info muss man hier über die bäume ja gut aus ok alles klar ich war ja mal schnell durch nur so zu info wenn wir was das hier durchs bild da hat man auch gleich drauf kommen können irgendwie und jetzt ein quiz viel glück okay dann warte ich mal auf dich drei checkpoints mal eingesammelt ach kommst du auch mal ok dann kann ich mal ins quiz reingehen ok immer noch ach so ach so ich bin krepiert deswegen ein reißkorn hat mehr hygiene als wir menschen das ist falsch ok dann ist es richtig ah nice oder du musst richtig rein springen und mit full life am besten wer ist cooler was ist das für ein kack quiz ey beide scheiß beide genauso cool oder genauso scheiße irgendwie wenn du verstehst was ich meine jetzt irgendwo rein also ich gehe da nochmal rein weil ich nicht full life hatte da links rechts auch ja ok er hätte mich sonst geschlagen was steht da richtig ach so richtig bazooka 01 ist der beste und hier steht ja ja ok er hätte mich sonst geschlagen endlich beides falsch wenn ihr eigentlich beides falsch ist der beste hier rechts jetzt kommen eigentlich minecraft fragen mit welcher version kam auto jump raus ein 10 natürlich sollte man mit full life reingehen also ich dachte auto also warte mal geschickt sei ehrlich hast du alle fragen richtig beantwortet also die ersten fragen waren bullshit ja wir haben natürlich alles nicht beantwortet ist klar ja ok was ist hier ui ein secret hier gehts weiter hier hinten ist ein secret also bei mir gehts weiter und hier hinten ist ein secret bei mir gehts weiter so mal schnell gucken was äh jawohl da im hintergrund für ein vogel oh oh speed 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 alles klar boah achso ja gut wow 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 ist das schnell hilfe oh 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 fuck ach ach nee come on please nee das ist nicht wahr jetzt das ist nicht in Ordnung jetzt das finde ich nicht so gut hallo ja hi oh nein ach nein ha 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 halt so oh das ist bekloppte der hätte den checkpoint irgendwie einbauen müssen und nochmal also gleich also jetzt naaaah naaaah Ähhhhh, Mutter kaputt. Wollt du mal es mal anhalten? Nö. So, die sind echt zu scheiße, kann das sein. Wie ist das echt für so'n Scheiß jetzt echt zu... Scheiße? Ist das dein Ernst? Ach, das hat's ja nicht okay. Na vor allem immer dieses hier hinten rennen, das ist so nervig. Als ob, ey. So, Speed... Aus? Ja. Okay, nice. Sehr gut, geschafft. Mädchenzimmer, Jungzimmer. Du gehst ins Mädchenzimmer, ich geh ins Jungzimmer. Checkpoint erreicht, nice. Ich bin schon im Jungzimmer. Du bist ein Mädel, du weißt halt nicht, was eine Klinkenwuchse ist, weißt du? Erzhaft, der wusste echt nicht, was eine Klinkenwuchse ist. Das war schon peinlich irgendwie. Na gut. Aufm PC ist... Ernsthaft? Bist du für jetzt ernsthaft grad so schlecht? Ich war's auch so schlecht. Ich hab's aber geschafft. Ja, mit Glück. Ja, Glück ist alles irgendwie in Spielen. Ist ja so halt irgendwie. Und wie soll das jetzt gehen? Ey! So wie ich das sage. Hm. Hier hinten häng ich jetzt aber auch schon wieder. Warum? Ist Mädchenzimmer leichter? Weiß ich nicht. Ich guck mal ganz kurz. Ich guck mal ganz kurz. Spätzerkiste. Keine Ahnung. Also Mädchenzimmer habe ich schon rausgefunden, wo's lang geht. Eventuell. Nice. Gesch... Wieso bin ich jetzt wieder hier? What the fuck? Doch nicht geschafft. Was machst du denn jetzt hier? Ich denke... Bist du schlecht? Ich glaub's doch nicht geschafft. Hm. Darunter war keine gute Idee. Alles klar. Ah, hier lang. Hey. Du, er ist weggerannt. Verfolge ihn. Hier lang? Ah. Oh, 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 oh. Hier ist lang? Hä? Hallo? Das Spiel kann man nicht lesen. Sagt nichts, dass die Kellertreffe auch kaputt ist. Okay. Wir sagen nischt. Ah, oh, 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 oh. Ich denke, ich denke, das ist so eine Tropper Sache hier. Ja. Weißt du noch Diversity damals? Mhm. Warte mal. Oh, 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 oh. Ich muss erst mal wieder rinkommen hier. Oh, oh, oh. Ah, ist schlecht. Anstrengend. Ach so. Ach, jetzt versteh ich jetzt. Ernsthaft, du hast das nicht mal geschickt grad? Oh, ich hab's fast gehabt. Ich auch schon. Zweimal sogar schon, fast. Okay, ich hab's. Ernsthaft? Mhm. Sack. Wo ist denn hier der Loch, Alter? Come on. Tipp. Du musst hoch. Ich hab's schon gesehen. Ich hab's gesehen. Ach nischt. Danke. Ich hab's gesehen. Alter, ich hab das Schifte zurück dabei. Ach, wir müssen jetzt wieder. Wir müssen jetzt wieder hoch. Du musst hochkatapultiert werden. Wir müssen nochmal. Und dann richtig. Oh. Boah. Oh, ich hab's gesehen. Hier direkt auf das erste Holz stamm. Ah, seh's auch. Bleib stehen. Wow. Verdächtige Johnny. Also, kurz. Ich glaub, es war... Und ich glaub, es war Johnny. Achso, das sind die beiden. Achso, die werden jetzt grad verhört. Nummer 273192394. Es ist heiß, er such den Mörder. Ich wohl tippee. Hä? Schon wieder. Boom. Was? Wo bist du grad hin? Achso. Achso. Ich geh gut. Ich geh gut. Ich geh immer sehr gut. Weil ich... Kein... Kein Sack bin. Ich bin erster, ey. Aha, du hast schnell gecheckt, wo du grad warst. Ich hab auch da. Bist an mir vorbeigerand, du Sack. So, geh raus. So. Warum ist hier ne Kuh, die so heiß wie ich? Weil du ne Kuh bist. Ganz einfach. Wieso bist du ein Schneemann? Warte mal, das ist mein Haustier. Oh. Haha, fehl. Bitte? Oh, ich kann auf die reiten. Guck mal. Kuh rütt. Kann ich das auch, wenn ich das haben will? Paar Pixel hab ich ja, warte mal. Äh. 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 Wie geht denn das? Das liegt glaube ich nur in der Hauptmittellobby-Ding. Ach so, ähm. Ähm. Pixeljob. Pixeljob, genau. Äh. Haustiere. Ah, ich hab sogar ein paar Pixel. Ein Schaf kann ich nehmen. Ein Hund kann ich nehmen. Huhn, Katze, Hase. Spinne. Ich farme noch ein bisschen. Hm. Ich hab jetzt 4784 Pixel. Wie viel hast du? Ähm. Ich hab 314. Ja gut, das ist ein bisschen weniger. Aber irgendwie so für ein Jumpman kriegt man immer nur so ein Pixel. Das ist auch scheiße irgendwie. Keine Ahnung. Naja. Gut, ich würde sagen, das war's für die Folge. Ähm. Wir sind bei 15 Minuten. Ich hab nen Kürbiskopf. Naja, jedenfalls, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Bis morgen zur nächsten neuen Adventskalender-Folge. Tschüssi. Ciao. ... ...